Hallo und herzlich willkommen bei Cupid ähm ja die anderen sind immer voller Begeisterung und sagen gar nix ist halt so Blub Prost genau Prost ist gut damit ja immer noch kein Bierkast neu kommt ich dachte schon nur früh aufstehen aber immer noch nicht wahr ah verdammt ja wird Zeit weil wir brauchen auch noch Alkohol für die 20. Folge können sie alle schon gespannt drauf sein die Special Folge ja wir wollen mal hoffen dass es nicht mitten in der Woche ist ja ich denke mal je nachdem wie das dann fällt auf welchem Tag da müssen wir halt mal äh aussetzen was was Folgen betrifft wenn es wenn es nicht passt von den Tagen her ja weil das war so ein ziemlich schlimm ja das geht bei mir auch nur grundsätzlich nur am Wochenende folge 20 rückt auch schon immer näher aber das ist von der 12 oder ja ich glaube schon ja ja müsste 12 sein ja ja das ist ja pro Folge ein Level so muss das sein ja wir sind ja auch pro Gamer ja wir sind ja auch pro Gamer ja ach ja ja oder von das noch eine Biene meine Sumse Sumse Biene Ah ne 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 hoornet Sack tot ist er boah ey wie er die EPs abgerast kippts ja nicht ey wollt wie ihr konnt was soll ich dein Pferd her ich will auch so ein Pferd haben ja so ein Pet Food Dealer heilig ne hab ich da vorne gekriegt wo ich die vier Dinge Epic Food hat er oh ein elf ein zwölf das ist doch nur einer oh oh ein elf radieschen oh wie toll ich kann auch ein radieschen haben oh hier guck mal hier ist ein Kabeltier hm boah ich hab ein eisenlangen Schwert bekommen ja ich bin neben dem Schwert also aus Versehen daneben gelaufen hab ich deshalb nicht erwischt ha 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 aber Gott sei Dank habe ich schon ein besseres naja naja hab ich wieder nicht auf die Uhr geguckt dass die Folge nicht zu lang wird äh ich denk schon mal ah ich hab ne Stoppo laufen ah das ist gut oh ein Bulle hui huu yeah alle mal runter ha 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 ahh hui naja unser Schwertenkönig kommt auch schon danach an dem Bullen um gleich was abzubekommen ja ja um eine in die Fresse zu kriegen das kriegt esare ha 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 Leute, ich hab Hunger auf den Döner. Geh ihn holen. Wer ist denn jetzt hier der Böse? Döner ist da. Haha, da ist wohl leider gestorben. Du arrest du so. Da sind wohl alle gestorben. Boah, das gibt's ja nicht. Bist'n du für'n Healer? Ist er den denn getötet? Ja, er ist tot. Sauberer Holzbömerang. Oh, er will was einsammeln. Ach, er ist eingesammelt. Darf ich das Rezept haben? Das überleg ich mir noch schwer. Ja, nachher in der Stadt kriegst. Falls wir in die Stadt gehen. Ja, ja. Wenn wir jemals wieder eine Stadt erreichen werden. Die Grenze kommt nicht mehr. Haha, hör mal jemals. Hm? Da vorne sind Maulwürfe. Gute Maulwürfe. Gute Maulwürfe. Gott. Glauben wir überhaupt noch richtig? Ja, doch. Ja, wir haben noch ein paar Kühe. Ja. Ja. Scheißegal, ich hätte jedes nur noch einmal. Naja, ja, ja, endlich. Oh. Ja, ja, endlich. Das sieht nach einer grün Fläche aus. Ne, nicht schon wieder. Ne, nicht schon wieder. Grün, da ist zu grün hier. Ich hab gern noch was blaues. Ich hab gern noch was blaues. Iron Long Sword, plus 26. Oho. Wollen wir den Zuschauern mal was Neues bieten? Dann kommen wir mal in diese grüne... Suppe. Grüne Suppe, ja. Oh, ich hätte den Posten auch bieten. Das schön. Oh, ja. Gut. Ja, ob jetzt rot oder gelb ist doch egal. Okay, blänn mal. Ah. Losager. Level 11 Gratulation Dankeschön Er will mich einholen, er will mich einholen Mensch, Mensch, Mensch Ne? Ne? Doch, eindeutig meins Ah, das ist ein Pferd in die Höhle verschwunden Ich bring mal ein paar Goblins mit Ah Kommt, ey Und Neichhörnchen Ich will da durch! Ich will da durch! Ich will da durch! Ich hätte mir doch einen hässlichen Goblin machen sollen, die mein Clamer gewesen sind Nein, mein Typ! Ey, vor allem, ich habe keine Scheiß-Bombe Ich auch nicht, oh, ach du Scheiße, hier draußen hier Oh, man kann an der Seite durch Alter! Ich habe euch da was mitgebracht Aber ich sehe euch nicht, Alter! Ach, danke! Oh, danke! Oh! 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 Oh, freundlich Ah, so viel Gold Jaja Jaja Ich bin wieder tot Boh Ich Entschuldigung Ich muss gerade auf einen Bullen achten Der verfolgt mich Ja verfolgt nicht nur einen Bulle Hehehehe Boah! Aaaaah! Ja, ich auch gleich! Scheiße! Ja, ich würde sagen, dann steuern wir und gehen danach in die Stadt, oder? Ja, erstmal könnte ich ja Hilfe hier brauchen Ja, bin schon da Wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh, toll! Ganz weit weg Machst du denn auch, hm? Sterben! Ja Ich hab's nicht mehr mit euch ausgehalten, hab ich mir gedacht, okay, lass ich mich killen Naja, versteh ich, versteh ich So denke ich auch schon mal ab und zu Kann ich vollkommen nachvollziehen Ach, hier kämpft ihr immer noch gegen die Bullen Ja Wow, wenn das so weitergeht, camp ich gleich doch nicht mehr Hehehe Ich krieg die aber auch nicht down, ey Deine ist gleich tot Oho Ja Sehr nice Oh Einfach Ungefallen bin Hey, meiner Hehehehe Ich hab'n Lolli! Oh, ich hab'n Stab! Oh, ich hab'n Stab! Du und acht noch neun Minuten Oh, cool Ja Also sollen wir jetzt zum nächsten Dorf, ja? Wenn wir irgendwie immer eins finden Ja, da, also wir kommen halt am Das Dorf ist halt nordöstlich Und wir kommen dann noch an einem Schwert vorbei, wenn wir uns ein bisschen nach Osten ausrichten Oh, guck mal, Schwert wäre doch nicht schlecht Oh, da sind wir mal Knolle Ja, also ab nach, ab nach Nordosten Wie sie einfach alles töten ohne mich Wie sie einfach alles töten ohne mich Du brauchst keine Erfahrungspunkte mehr, du hast ja Wie, du bist doch nicht Level 13? Hehehehe Jetzt fangen wir nämlich mal ein zu zocken hier Hm? Ja, aber jetzt haben wir schon elf und zwölf Noch neuner oder so hätten Wow Oh, den Problem hab' ich gar nicht gesehen Oh, ein Schlag tot Schöne Blümchen Hm Ah, unser Magier läuft mit Lampe rum um helllich Ja, ja, ist ja schon raus Ich hab' gerade in der Höhle deshalb Woll ich grad' sagen, an der Leuchtung Woll ich grad' sagen, an der Leuchtung Damit man lernt, wie man heilt Hehehehe Lustig Lustig, lustig, lustig Schmoppel Jaaah Jaaah Ich muss dich dann langsam mal'n Level abfliegen hier, wo wir dich geküht haben Jaaah 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 Wach Jaaah Ein Waschbäer Wie niedlich Ein Waschbäer Oh, dann lässt du den derbarm hochkommen. Meine Güte. Oh, Strawberry Cocktail. Mann, Mann, Mann. Ich krieg aber halt auch das Petfood hinterhergeschmissen. Wie viele Minuten noch? 5. Dann würde ich sagen, wenn wir jetzt direkt zum Sperr laufen, können wir das vielleicht noch mit reintun. Als Action. Ja. Wir schaffen ja nicht in fünf Minuten. Ah, wir kommen vielleicht noch hin. Da umso spannender wird, dann wäre die nächste Folge werden. Genau. Apropos spannend, da sind drei Wässer. Oh, die sind ja böse, weil man die macht. Ja. Ja. Mag Besatz. Irgendwann fängt schon an, trocken zu kloppen. Ach, naja. Oh, da lebt ja noch einer. Aua. 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 Oh, Glückwunsch. Glückwunsch. Ich hab deinen Arsch gerettet. Ich hab deinen Arsch gerettet. Wo sieht's aus? Boah. Boah, wenn sich das Biom erweitert, ne, dann ist das Spiel so warm bei mir. Ja. So lahm. So lahm. Ist nur am, 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 äh, stocken. Und wenn sich die Karte vergrößert. Ja, ist das Spiel zu stark? Ist dein Rechner zu schwach? Ja. Ja, ich denke eher nicht so gut, nicht so gut programmiert. So ein Blöckchenspiel, äh, kann ja nicht so... Beides wahrscheinlich. Hey? Alter. Ich mein, du stehst 5 Minuten vor den Dingern. Ja, das liegt daran, weil es bei mir so ewig braucht, bis ich das looten kann. Ich drück noch an der, aber es dauert ewig, bis was passiert. Ich weiß. Achja. Ja, ich würde vorschlagen, bei Folge 20, dass wir dann auch erstmal, äh, wenn wir das Special gemacht haben, dass wir dann erstmal ne Pause anlegen, bis sich dann endlich mal was tut. Update-technisch. Ja, weil, besser wird das halt hier nicht mehr, ne? Ja, gut. Es sind natürlich einige Gebiete noch zu entdecken, und so weiter und so fort, aber wenn wir noch ein paar Folgen... Oh, wir haben ja noch ein bisschen das Folge 20. Ein bisschen haben wir noch. Ja. Mensch plus 4, oh. Oh, je. Das ist aber nicht unterschwert, oder? Glück Gott. Ja, wenn wir einen Heiler hätten, der ist gut gemacht, dann hätten wir eine Chance gegen einen. Ja, es ist aber ziemlich schwer in, wenn man, beim Kampf zu heilen. Ihr springt alles rum, da heiligt mal die Tiere. Der ist doch fast down. Ja, ich auch. Hoppla. Da bin ich in seinem Feuer, ja. Ja, das wollte ich auch nicht. Ich auch ab. Oh, wir hätten ne Banner geschafft. Ja. Ja. Beinahe ist aber halt nicht ganz. Oh Gott. Da folgen. Und dann eventuell noch mal auf den Plus 4er drauf. Ja, würde ich sagen. Ja, den hätten wir auf jeden Fall geschafft. Ouch. Chicken. Chicken wings. Ja, ich komme mal zu euch. Wenn ich jetzt voll auf drauf. Irgendwie komische Sache. Ah ja, okay. So. Wir wissen aber wirklich bald meine Stadt, mir gehen die Wasserflaschen auf. Ich glaube, ich habe noch welche. Ich muss welche haben. Wenn ich, oder? Wollt ihr doch nicht mehr auf den Plus 4er gehen, oder? Ich habe noch jede Menge geflaschen, also wenn einer braucht, soll das sagen. Du willst auch wieder Tränke, also von dem her kann ich mich jetzt am Kampf auch mal wieder heilen. Gut, dann mache ich jetzt, äh, dann... Warte, ich werfe hier mal 50 Wasserflaschen raus, weil welche brauchst du? Dann stoppe ich jetzt die Aufnahme und würde sagen, bis später. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Auf jeden Fall. Bitte schön. Und dann kommen wir hier noch 40 Glasflaschen hin.